Ich hab mir schon gedacht, der Maguire war das größte Problem. Die scheiß Flugzeuge sind das Problem unten. Ne, der Maguire... Alter, was die schluckt! Die wird wahrscheinlich Panzerung drauf haben. Und Reparatur. Da kommt wieder die Sky. Und die nächste von vorne. Und die Lib kommt von rechts. Ich glaub, die Lib hat uns am wichtigsten, oder? Ja gut, die sitzt jetzt hinter den Bergen da hinten. Oh nein, wir haben verloren. Warum? Wie ist es, wenn du auf den Punkt schaust? Das zeigt jetzt Lila an. Haben sie es nicht geschafft. Schade. Schade, aber nein, wir haben relativ safe einen Punkt eigentlich. Dann könnte es funktionieren, dass wir halt noch wenigstens die Flieger bekommen. Eine haben wir ja assist gekriegt. Ähm, hinten. Machen wir Jagd? Denkst du, komm doch mal? Die kommt. Die dreht zu uns. Feuer? Wusste ich. Ich seh sie gar nicht. Hier hinter mir, halt. Okay. Feuer. Und jetzt kriegen wir sie. Jetzt kommt sie nicht mehr raus. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, die Scheiß-Ding. Und jetzt sind wir mal beschossen. Äh, McRider. Oh Gott. Ja, stimmt. Ah, ich bin weg. Shit. Rat mal, wer es war. Äh. Was ein schöner Freund, oder? Ja. Mir egal. Lebst du noch? Noch, ja. Komm. Ah, komm komm komm. Fahr drüber. Bitte voll über die Patze wieder. Ah. Hier hin. Frostfall. Overlock. Und neue, neue Skygard-10, oder? Rettiert sich nicht. Jetzt kommen sie alle mit Panzer. Ach, Mist. Gib mal mal die Ding vielleicht. Ähm, wenn du Indy nimmst und vorne die Geschütze reparierst. Okay. Dann können wir sie vielleicht bekommen, weil die sind relativ stark dagegen. Wie du das hauptgeschützt hast, oder nicht der Seiten? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da vorne. Das eine steht hier und das andere steht da vorne. Ah so. Verkehrt. Ich bin zum Sandi, äh, zum Ding zu Puk gegangen. Na kommen sie schon wieder, die scheiß Flieger. Ein Sandi kommt rein. Wo ich stehe das ist, äh, da wo... Ah. Kannste vergessen. Hau mir weg, weil er uns an die... Oh. Dillere Warte schon wieder da. Komm. Ja, ja. Versuch, das Ding zu bekommen. Der Anti-air-Spawn-Near-Spawn-I-Used was. Anti-air. noch ein paar sekunden habe ich geschützt hat seminen ein paar sekunden noch kommen schon jetzt kommen was wird das antier geschützt zu reparieren ich will den weg alle glas mein geschützt ist schon wieder weg da müssen sie noch einmal drauf waren ich versuche hinten sagt hier geschützt beim sport wenn wir das hinbekommen dann kann man sie kommen auf jeden fall die brennscheid wird er fast schon richtig sind schon immer innerhalb ich muss jetzt mal ein paar kids machen es geht ja gar nicht so klar die im vier der kann ich besser entdeckt das was tot oder was hätte er konnte richtig irgendwas könnte ja der kommt ich habe ihm zu 34 raketen von dem geschütz rein gedrückt aber nichts dass er gequalt hat eben also mit der händen das gerade eben repariert also schieße gerade mit dem geschütz auf den die lippe ist schon wieder deswegen das ist der nächste sand die das alles steht schon wieder nächstes andere habe ich gesprengt gerade ich mache die spawn becken weg ich habe jetzt 2 10 gott wo stehen die das ist ein sandy oder der fährt aber auch schon wird er so spawn beacon ist weg aber in der walt küre ich muss kurz gucken dass ich überlebe dann komme ich da hat er mich gefunden naja gut wer ist da so nie irgendwas was heißt was soll ich kommen sagen oder irgendwas mit was und mac weiter zerstören kannst man dann schwer was vielleicht zwei c4 das müsste reichen aber nämlich meine lieblingswache bei dem schlecht bei der schlechten kd hauptsache wir kommen sie tot wenn er vielleicht ruhig steht kann ich zwei panzer mit rote platzieren das sieht schön aus das sieht schön aus das sieht echt schön aus gerade spawn beacons sitzt legt mein weg rein hopp hopp in haus hauptsache hauptsache haa einen hab ich noch die fokus sind ganz viele hier haas scheiß san die war zu auf der ist san die im haus hauptsache ich habe ihn mit ne alter der kam mit einer tornatus um die ecke ich habe ihn trotzdem noch bekommen jetzt ab noch einmal ich habe schon gedacht der meg weiter war das größte problem die sind die scheiß flugzeuge sind das problem momentan der der meg weiter ist mitten im ding gekämpft wir werden nicht durchgekommen wenn er dauer auf die gestanden wäre es geht bis jetzt geht es eigentlich wo bist du gestorben in dem haus wieder pass auf da sitzt einer oben ziemlich unter dem dach ungefähr hier aber ich glaube kompensar nie wenn er zu mir hochkommt kann mich schätzen aber der typik hat sich gerade angefangen er hat jetzt schon 485 diese auszeichnungspunkte ich verstehe nicht er hat er doch ein wort nennt sich selbst import aber im spiel ist relativ schwer zu eben botten weil es ja eigentlich nicht es gibt genug es gibt genug inzwischen ja klar irgendwann wird kriegst du alles hingeskript also geschrieben aber es existiert schon extrem viel sogar dass ich auch mitbekommen wird es existieren wall hacks speed hacks also dass du über die ganze karte fliegen kannst und ein bot schon da irgendwas was ich nicht existieren rechts neben am spawn ist gerade landekapsel gelandet dabei ist da wo es blinkt da ist ein sniper und einer mit der spawnd kapsel kommen warum markiert ja wenn er nicht wenn ich hinstand ist es gut wo ist er ja steht über mir erst oder wo ist das da war eben hier hüben da hüben ist er hassen das ist doch ein eigener oder schlechter sniper auf jeden fall drei schüssen dreimal daneben habe ich mir gerecht oder was auch meine video da rennt er voll in die mine weiter die max war lauter kill stört es nicht aber mich immer und ich weiß ich rette ihn noch und dann renne ich selber in die mine mich trifft er mich trifft er der 99er kommen wir ziehen uns jetzt an die er fahren vor wieder zurück und holen uns das was wir eben verloren haben zurück ich ziehe an die er sah die mit wenn ich nehmen meine sky guard sicher ist sicher weil wir haben ein sandy und ich habe eine reich das sky guard gucken wir dass man wieder hierhin kommen was beschießt uns da vorne den panzer denkst du oder war es noch ein sandy von denen glaube ich der welt natürlich wieder kein schützen drin aber ja das ist ich 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 ich